Marius Möller-Westernhagen ist zum Staffelauftakt von Inas Nacht zu Gast. Im Gespräch verrät er, dass er gerne Opa wäre. Marius Möller-Westernhagen, 73, hat in seinem erfolgreichen Musikerleben vieles erreicht. Was er sich aber noch wünscht, ist ein Enkelkind. Ich wäre gerne Opa, erzählt er Ina Müller, 57, in ihrer Show Inas Nacht, wie die Bild vorab berichtet. Ich versuche meine Tochter zu treiben. Sarah Möller-Westernhagen, 36, ist ebenso wie ihr Vater Musikerin und tritt unter dem Künstlernamen Mimi auf. Ihre Mutter ist die Schauspielerin Polly Eltes, von der Westernhagen-Sicht rente, als Tochter Sarah drei Jahre alt war. Marius Möller-Westernhagen sei jetzt in dem Alter, wo du wirklich anfängst, Kinder zu begreifen und wahnsinnig zu lieben. Seine Nichte etwa liebe er abgöttisch. In Beziehungen sei er immer sehr untreu gewesen, erzählt er weiter. Aber nicht, wenn ich jemanden geheiratet habe. Das sei für ihn ein Commitment, also eine Verpflichtung. Mit seiner Ehefrau Lynn Dewe, 43, ist der Musiker seit 2017 verheiratet. Zuvor hatte er 1988 dem Fotomodell Romney Williams das Jahr Wort gegeben. Das Paar trennte sich 2013. Über sein Leben mit Lindy Ware erzählt Müller-Westernhagen, sie als Amerikanerin plaudert gerne freundlich mit jedem Nachbarn. Ich nehme auch mal ein Paket an und wünsche jedem einen schönen Tag. 15 Jahre Inas Nacht mit vielen prominenten Gästen Inas Nacht startet am heutigen Donnerstag, 28. Juli, in eine neue Staffel mit zwölf Folgen. Die Episode mit Marius Müller-Westernhagen, Olli Schulz, 48, und Jochen Distelmeier, 55, ist um 23.35 Uhr im Ersten zu sehen. In den nächsten Folgen lädt Ina Müller weitere große Stars in die Hamburger Kneipe zum Schelfischposten ein, Steffen Baumgart, 50, und Jasna Fritzi Bauer, 33, am 4. August, Thorsten Sträter, 55, und Elena Ulich, 46, am 11. August, Bill Kauletz, 32, und Giovanni Zarella, 44, am 18. August, Marie Lemelowitsch, 66, und Uwe Ochsenknecht, 66, am 25. August sowie die Sirenois Busch, 57, und Sebastian Puffpuff, 45, am 1. September, weitere Gäste der Staffel sind Katharina Thalbach, 68, und Jan Böhmermann, 41. 15 Jahre gibt es die Sendung bereits, die Talk mit Comedy und Musik verbindet. .